In diesem Video sprechen wir über aktive ETFs. Jetzt denken sicher viele von euch, Moment mal, was erzählt der Kästner da? Das ist doch irgendwie widersprüchlich. Ein ETF ist doch passiv gemanagt. Und wenn überhaupt, dann gibt es vielleicht aktiv gemanagte Investmentfonds. Ja, tatsächlich gibt es aber auch so eine Art Kombination aus beidem. Aktive ETFs sind in den USA schon mega beliebt, hier in Europa, da sind sie noch relativ unbekannt. In diesem Video, da erfährst du alles Wichtige über diese Anlageklasse. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile und ich nenne dir später auch noch ein paar spannende aktive ETFs. In die du investieren kannst. Also, bleib dran, es lohnt sich und damit herzlich willkommen. Ich bin Felix von Finanzenerd Ratgeber. Zu Beginn schauen wir uns erstmal an, was genau ein aktiver ETF ist und wie er sich von einem passiven ETF unterscheidet. Was die beiden auf jeden Fall gemeinsam haben, sie orientieren sich beide an einem bestimmten Index. Der Unterschied liegt im Detail. Ein normaler passiver ETF, der handelt quasi wie auf Autopilot. Also, er folgt stur dem jeweiligen Index, also zum Beispiel dem MSCI World und bildet dessen Bestandteile und deren Gewichtung als passives Investment einfach eins zu eins ab. Ein aktiver ETF, der ist da sehr viel flexibler. Der Name sagt es ja schon. Er wird eben aktiv. Genauer gesagt, die Fondsmanager, die den ETF verwalten, die werden aktiv. Der Index, der dient hier eher als sogenannte Benchmark, die es zu übertreffen gilt. Und dafür kann ein aktiver ETF auch bis zu einem bestimmten Maß von der Zusammensetzung des jeweiligen Index abweichen. Konkret heißt das, dass zum Beispiel bestimmte Titel stärker oder schwächer oder auch gar nicht gewichtet werden. Wir schauen uns dazu auch gleich noch ein konkretes Beispiel an. Ein wichtiger Punkt noch im Hinblick auf die Abgrenzung von aktiven ETFs zu Investmentfonds. Im Gegensatz zu einem ETF, egal ob jetzt aktiv oder passiv, orientiert sich ein klassischer Investmentfonds nicht an einem Vergleichsindex, sondern der verfolgt eine eigenständige Anlagestrategie mit bestimmten Schwerpunkten. Das heißt, das Fondsmanagement, das verwaltet die Investments und kann quasi frei entscheiden, welche Aktien, Immobilien oder andere Anlageklassen gekauft, gehalten oder verkauft werden. Da das natürlich eine relativ komplexe und anspruchsvolle Arbeit ist, die viel Expertise erfordert, sind die Kosten für solche Fonds in der Regel ein gutes Stück höher als bei ETFs. Wenn du mehr über Fonds erfahren willst, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du noch ein paar weiterführende Links. Lass uns jetzt mal einen passiven und einen aktiven ETF vergleichen. Hier sehen wir einen der typischen MSCI World ETFs von iShares, den wahrscheinlich auch einige von euch im Portfolio haben. Zur Erinnerung, im MSCI World sind ungefähr 1500 Unternehmen aus 23 Ländern vertreten. Ein Blick auf die Rendite zeigt uns, dass der MSCI World in den vergangenen paar Jahren doch ziemlich ordentlich performt hat. Wir sehen knappe 30% über drei Jahre. Das entspricht einer annualisierten Rendite von rund 9,2%. Bei der 5-Jahres-Performance, da kommen wir sogar auf eine durchschnittliche Jahresrendite von gut 13%. Vergleichen wir das jetzt mal mit einem aktiven ETF und dafür haben wir diesen ETF von JP Morgan ausgesucht. Der hat als Vergleichsindex auch den MSCI World, allerdings hat das Fondsmanagement, wie vorhin beschrieben, eine Reallokation vorgenommen. So enthält dieser ETF nur noch knapp 700 Unternehmen aus dem MSCI World und ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sogenannten ESG-Kriterien. Das heißt, in dem ETF sind nachhaltig agierende Unternehmen besonders stark gewichtet. Wenn wir jetzt mal auf die Rendite dieses aktiven ETFs schauen, dann stellen wir fest, der hat in den vergangenen Jahren den Benchmark-Index, also den MSCI World, tatsächlich outperformed. Fairerweise sage ich aber an dieser Stelle auch direkt dazu, dass es bei vielen aktiven ETFs auch andersrum ist. Also mit anderen Worten, nicht jeder aktive ETF erzielt jetzt automatisch bessere Renditen als ein passiver ETF bzw. als der Referenzindex. Du kannst aber gleich mal in die Videobeschreibung schauen, da findest du noch ein paar andere aktive ETFs, die in den vergangenen Jahren auch den Markt geschlagen haben. Und bei der Gelegenheit, wenn du runterscrollst, gib diesem Video bitte ein Like, wenn es dir gefällt und abonniere auf jeden Fall auch diesen Kanal, um künftig kein Erklärvideo rund um alle möglichen Finanzthemen mehr zu verpassen. Kleiner Tipp von mir, aktiviere am besten die Glocke, dann bekommst du immer automatisch eine Nachricht, wenn ein neues Video von uns erscheint. Danke für deinen Support. Kommen wir jetzt noch kurz zu weiteren Vor- und Nachteilen aktiver ETFs. Ein Vorteil, gerade auch gegenüber Fonds, ist sicherlich das höhere Maß an Transparenz. So werden die Bestandteile bei aktiven ETFs in der Regel täglich offengelegt. Außerdem sind aktive ETFs, was die Gebühren angeht, noch relativ günstig. Die TER, die liegt beim eben gezeigten Produkt von JP Morgan tatsächlich nur bei rund 0,3%. Viele andere aktive ETFs liegen ähnlich niedrig. Außerdem bist du als Anleger mit einem aktiven ETF einfach flexibler. Gerade in volatilen Marktphasen kann so ein aktiver ETF ganz schnell reagieren und beispielsweise die Gewichtung verschiedener Titel oder ganzer Sektoren anpassen. Als Nachteil gilt hingegen das höhere Risiko bei aktiven ETFs. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Durch das aktive Fondsmanagement kann der Markt bzw. der jeweilige Index geschlagen werden. Aber es kann genauso gut das Gegenteil passieren. Dass die Performance einfach schlechter ist im Vergleich zum Benchmark-Index und dementsprechend auch zu einem entsprechenden passiven ETF. Tatsächlich gibt es dazu sogar Studien, die belegen, dass die Mehrheit der aktiven ETFs keine höheren Renditen erzielen. Dessen solltest du dir einfach bewusst sein und vorab einfach sorgfältig überlegen, ob und in welches Produkt du investieren möchtest. Die Studie habe ich dir auch noch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du noch Fragen hast oder generell mehr über aktive ETFs erfahren willst, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter das Video. Wir freuen uns über deine Nachricht. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Dein Felix von Finanznet Ratgeber. Dein Felix von Finanznet Ratgeber.